Kreativität und jetzt kommen wir, ich höre hinten schon die Instrumente sich langsam einstimmen, zu einem musikalischen Beitrag, um den uns viele beneiden werden. Es ist ein Mann, über den man oft geschrieben hat, er macht seine Musik für die Underdogs, für die unteren, ärmeren Gesellschaftsschichten. Er ist ein politisch engagierter Sänger immer gewesen und er tritt eigentlich immer in Schwarz auf. Und wenn Sie ihn fragen, warum er sich immer so schwarz anzieht, dann wird er Ihnen zur Antwort geben, solange es keinen Frieden gibt überall auf der Welt, werde ich meine schwarze Kluft anziehen. Seine Musik, die er heute Abend hier singt, hat zu Augsburg und Umgebung sehr viel Bezug. Ich habe das nachlesen können, ich habe ihn allerdings noch nicht fragen können. Er war hier drei Jahre in der Nähe in Landsberg, immerhin am Lech, war er bei der Armee. Und seine ersten großen Erfolge, die er geschrieben hat, die hat er hier in der Umgebung Bayerns, in diesem schönen Land geschrieben. Und jetzt kommt zu uns mit seiner Frau, begleitet von seiner Frau, der weltberühmten June Carter, Mr. Johnny Cash. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 down. The flames went higher. And it burns, 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 they're in the fire, they're in the fire. Love is a burning thing, Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön, viele. Es ist gut hier in Deutschland. Ich bin in Deutschland in 1951, und es ist mein zweiter Heim. Meine Frau, June Carter, meine Frau in March, in Februar, sehr krank und ist, you know, laying down, resting. But she joins me tomorrow night, morgen in München, morgen in München. Und wir werden hier eine Woche, und wir hope some of you can come see us. Wir'd like to do one of our songs that is our most requested song, our most requested current song. And this features the great band that I brought along. I'm so proud of these guys. One of them with me 25 years about W.S. Holland ist mein Traumermann vor 25 Jahren. und so we're like, we'd like to do ghostwriters in the sky. An old cowboy went riding out one dark and windy day On her edge he rested as he went along his way When all that once a mighty herd of red-eyed cows he saw Plowing through this ragged sky And up a cloudy draw Their brands were still on fire And their hooves were made of steel Their horns were black and shiny And their hot breath he could feel A bolt of fear went through him As they thundered through the sky For he saw the riders coming hard And they heard their mournful cry Oh, yippee-i-oh Oh, yippee-i-yay, Ghost Riders in the Sky. Untertitelung. BR 2018 Cause they've got to ride forever on that range up in the sky On horses snortin' by As they ride on to hear their cry As the riders looked on by him He heard one call his name If you wanna save your soul from hell They're ridin' on our range Cowboy, change your ways If they are with us, you will ride Tryin' to catch the devil's earth Across these endless skies Yippee-yi-yo Ghost Riders in the Sky Ghost Riders in the Sky Applaus Ja, ich bedanke mich bei Johnny Cash. Er hat Ihnen ja gesagt, weshalb seine Frau nicht dabei sein konnte. Ich habe das vorher nicht gewusst, deswegen habe ich Sie da schlecht informiert. Ab morgen wird sie dann wieder dabei sein, wenn er auf seiner Tournee ist. Alain.